Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, jetzt sagen wir mal richtig, Donnerstag, den 5.3.2020 und unser DAX hat zum Mittwoch definitiv gestänkert, hat er sich zum Dienstag richtig nach unten rausgelegt, für Verunsicherung gesorgt, nochmal ordentlich das Blatt eingedreht und dann jetzt zum Mittwoch eigentlich nach oben durchgezogen, also hat in dem Sinne den negativen Konter auf dem bullischen Konter jetzt wieder bullisch ausgekontert, von Bewegungsform her haben wir jetzt steigende Tiefs, haben steigende Hochs und wir drohen jetzt die Nackenlinie rauszuschlagen, also frei interpretiert die Nackenlinie rauszuschlagen, unser DAX, wir hatten hier gesprochen, so grundsätzlich SKS möglich, ja, oder inverse, SKS wäre ja richtig, ne, Schulter, Kopf, Schulter, hier oben die Nackenlinie, ich würde sie hier wirklich ein bisschen, also ich arbeite sehr gerne oder eigentlich ausschließlich mit horizontalen Nackenlinien, ich bin kein Freund davon, die hier im Trend zu ziehen, beziehungsweise mit Trendlinien zu ziehen, deswegen ist für mich hier entscheidend, je 270, 12, 270, geht der DAX da drüber, würde sich die, ähm, die SKS aktivieren und das hätte dann Platz bis 8,50, ja, und damit können wir es eigentlich schon zusammenfassen, unten hat er ja nichts gemacht, hat er nichts gebracht, ähm, damit ist das noch aktiv, äh, offen unten und, ja, also, ja, wenn der oben raus geht, geht er oben raus, denke ich mal. Zum Donnerstag muss man ein bisschen aufpassen, die sind ein bisschen ruppig, gucken sie bei der 3,70, 3,60 mal, äh, lieber, ich weiß nicht, ich traume nicht, ich traume nicht über den Weg hier so richtig, ne, die letzten Hochs wurden sehr markant, immer wieder so ein 200 bis 270 wegverkauft, warum auch immer er sich dort so nach unten weggeilt, das scheint ihm Spaß zu machen und wenn ihm das Spaß macht, kann er das auch nochmal machen, das heißt, so ab Kursen unter 180 sollte man zum Donnerstag dann schon deutlich einen Rücklauf nachher einplanen, das kann gut und gerne nochmal die 900 bis sogar vielleicht 8,50 hier wären, ne, also, wenn es unseren Dachs hier nach oben treibt, würde ich ihm schon den Platz geben, um zu sagen, dass er dann nochmal bis hier unten reinstoßen kann, ne, in das Gap rein, von dort dann nochmal nach oben, ähm, wäre für einen Donnerstag nicht undenkbar, also dieses typische Hin- und Hergezacke, sehen wir relativ häufig, also hier, da, 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 darauf kommt's an, ne, sollte er sich hier schwächlich zeigen, sollte unter die 8, unter die 12,180 zurückflutschen zum Donnerstag, dann würde ich schon denken, mittleres Band hier, die 12,050 sieht ganz interessant aus von oben und wenn er die 12,050 von oben gesehen hat, ähm, wie gesagt, auch noch Platz hier nach unten, ansonsten ist alles, was so über 2,70 geht in meinen Augen, jetzt schon eher, ja, Freifahrtsschein nach oben könnte man fast sagen, ne, also, damit können wir das hier zumachen, machen wir aus, ähm, gucken wir noch einen Tagesschart rein, weil, ich meine, ja, also, deutlicher kann man eigentlich jetzt nicht ansagen, ne, macht jetzt das, was die Amerikaner hier gemacht haben, jetzt verzögert einen Tag später auch nochmal nach und jetzt muss man hier tatsächlich auch sagen, das sieht schon aus wie, als will das Richtung 200-Tage-Linie probieren, die liegt bei 6,50, in dem Sinne würde ich schon sagen, alles, was so über 2,50, äh, 2,2,70 geht, erstmal jetzt Aufwärtstendenz, ähm, muss man aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr, ähm, auf Short-Seite verkämpft, ne, ähm, die Marken werden sicher nach unten reagieren, gerade so eine 3,60, 3,70, die wird bestimmt nach unten reagieren, richtiger wäre es dann aber wahrscheinlich den Rücksetzer davon aufzugreifen, wenn der dann abflacht und wieder auftritt und dann da Long mitzugehen, ne, also, da muss man schon aufpassen, dass man nicht jetzt, wenn er anfängt zu steigen, die große Short-Motivation, ähm, findet, während man Rund dazu vielleicht die ganze Zeit nur nach Longs gesucht hat, ne, das wäre dann auch zu sehr dagegen, also, das wirklich ein bisschen abgrenzen, das ist hier ein hohe, ein weites Feld, was er sich hier schnappen kann, ähm, das dürfte ihm vermutlich nicht schwerfallen, da auch vielleicht zügig durchzulaufen, wir haben ja nun auch relativ viel Bewegung gesehen, ne, wir haben, also, was heißt relativ viel Bewegung, man hat es nicht mehr gemerkt, aber trotzdem viel gelaufen, ja, von Dienstag bis Mittwoch, das sind gut 400 Punkte, über 400, 450 Punkte, die er nach oben gemacht hat, das ist schon nur ordentlich, ne, und wenn er jetzt nochmal 450 nach oben macht, dann steht er hier oben, naja, nicht ganz, Martin, Martin und seine Rechenkünste, ne, aber hier so in den Dreh, also die 200 Tag, ne, ihr könnt das schaffen am Donnerstag, wenn er sich hier oben raus versucht, deswegen schauen wir mal, schauen wie er reinkommt, ähm, die 180 im Blick behalten, ähm, da drunter wäre es, wäre es für mich kritisch, ne, unter, unter 180 hätte ich Abwärtsrisiken, und über 270 muss ich aber sagen, ja, warum nicht, kann er oben raus, 360 bis hoch, 640 und mehr, das ist drin, wenn er hochkommt, wenn er hochdreht, ja, also, machen wir hier zu, ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche Ihnen alles Gute, holen sich was raus, und wir hören uns morgen nochmal, bis dahin, tschö.